Die Siedler 7 Chroniken von Thandrien 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 Guck, da geht's schon los Da geht das schon los mache ich auch direkt häuser weil das war eben auch das problem eine eure mitspieler hat zugang zu einem neuen handels außenposten die kirche wird schon gebaut direkt alle zehn danach kommt auch noch was dann wollte ich hier ich brauche unbedingt auch noch einen bäcker hier ja guck da geht es schon los hier einen bäcker den rest mache ich gleich vorbereiten für gleich ich habe jetzt direkt gewaltmarsch hoffentlich werde ich hier nicht überbietet der gegner hat sich die ganze zeit das hier geholt das gefällt mir gar nicht und ich wusste auch nicht dass ich und der König kann ab sofort eine neue technologie nutzen ähm ich weiß nicht und der hat mir einfach den Insektor geklaut mit König gewiss Schlachthaus ist sehr gut und und ihr kennt die wir bestimmt oft wieder das letzte gefecht habe ich hier gestartet und natürlich haben die hier überall gras und könnt ihr was anpflanzen richtig fair gemacht schon wieder richtig fair ich baue jetzt mal für holz schon mal auch was ja dann das hat er genommen ok alles klar hätte ich gerne das hier eigentlich als nächstes das wäre aber auch nicht schlecht oder das 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 ist jetzt immer als Priorität die haben jetzt gerade Vorrang wie eigentlich immer so dann ich auch schon mal ein Spawn weil ich ihn sowieso gleich angreifen muss das ist das ist eure geistlichen haben eine technologie erforscht ich gehe direkt auf biologe und ich kann direkt ein paar weitere bauen irgendwann noch nichts da ist so kann ich eine neue technologie wurde von eurem rivalen erforscht hier fehlt schon das Eisen hol ich mir die ganzen 6 Cent ist mir egal das brauche ich ja das kann er ruhig haben das interessiert mich nicht so das wäre nur gleich schön und das auch und das und das auch und das und das auch ich glaube ich war mir noch mal ganz viele Häuser oder an 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 Dann gehe ich auch direkt hier hin, dass ihr mir das nicht nochmal klaut. Eine neue Technologie wurde von euren geistlichen ergriffen. Sehr schön. Ich hätte gern das zuerst und dann das. Und dann hole ich mir das und das. Aber das wäre auch nicht schlecht. Ich gehe mal auf Schnelligkeit. Der ist sogar mit Mauer, das ist sehr schön, gefällt mir. Alles sehr gut. Jetzt habe ich nur gleich kein Essen mehr. Weißen sowieso nicht. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Ich habe fast meine ganzen Tüten voll. Krass. Auf den kann ich hier gleich angreifen gehen. Ja guck, jetzt greift der schon und dann würde er das angreifen. Das war eben so. Das sind zwar Teammates, aber das brauche ich. Das ist wegen der Attacke. Holte ich mir noch den gleich wegen Eisen und dann das mit Gold. Und dann auch. Obso, ich habe die hier. Für Essen und so. So, dann kann ich ja eigentlich auch schon. Ein bisschen weiter ausbauen. Ich brauche Geologen hier schon. Ein zumindest, dass das nicht so schnell abgebaut wird. Aber jetzt habe ich auch das. Das bringt es richtig. Ich habe gar nicht so viele verloren. Ich habe gar nicht so viele verloren. Gefällt mir so richtig. Gut. Gefällt mir so richtig gut. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Yes. Sehr gut. Das ist meiner. Jetzt schon ein Pferd. Alles klar. Ich warte nur bis der 100% Leben hat. Dann greife ich das ein. Dann das und das. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem euren Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ja, noch gerne noch zwei. Ne, einen. Ein Leben noch. Oh ja. Jetzt kann ich das machen. Alles sehr wichtig hier. Ich muss unbedingt hier zu Eisen. Ich brauche Eis. Ich brauche Eis. Ich brauche nochmal schnell nach. Ich habe mir auch angewöhnt, nicht so viel von dem Brötchen, sondern eher hier Wurst holen. Das ist viel besser. Ich brauche gleich ganz viel Wurst. Das lohnt sich richtig. Ich brauche euch noch nie mein gehobenes Wohnhaus, was mir immer ein einfache Nahrung wegklaut. Das ist das. Das ist mein Schild. Dann das. Dann das. Dann das. exzellent ihr habt eine neue technologie erforscht der gegner hat ab sofort zugang zu einem neuen handels außen post ein neuer sektor ist unter eurer kontrolle ich habe ja auch noch was schlecht was ich wieder was der leben hat und dann geht es ab das will er sich jetzt holen das gehört mir wer klaut sich das jetzt ein neuer handels außenposten wurde erfolgreich von einem eurer rivalen unter kontrolle gedacht ich hätte gerne noch drei dass ich schneller sektoren da oben halten kann jetzt der klaut mir hier meine sachen das kriegt er auch nicht das gehört auch mir also wirklich wo geht er jetzt hin ja geh schön weg das sind meine hier der kann in seiner home base gar nicht auch schon eine kaserne auf level 3 krass exzellent ihr habt eine neue technologie erforscht ihr erschließt neues land mein freund großartig ich mache ich mache was mache ich denn ich mache ich mache lager aus So, ich brauche jetzt schnell Eisen. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Gebäudeausbau fertig geschafft. Was ist denn? Wo ist die Dinger hier gebaut? Euer Gebäude wurde ausgebaut. Das ging ja schnell. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, das langt erstmal. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ich brauche hier erstmal ein Eisenschein. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ich muss jetzt mal hier um Gold und um Eisen kümmern. Ich habe gesehen, das hier ist genau. Ich brauche direkt nochmal Kohle hin. Ich habe hier alles schon ausgebaut. Das ist sehr schön. Ich habe hier alles schon ausgebaut. Das ist sehr schön. Oh nein. Ich mache hier auch direkt Kohle. Kohle kann man hier genug haben. Gerade hier wo die Taserne ist. Oh, super. Kann ich schon mehr? Super. Ich weiß nicht. Das ist das und das dann. Das ist das und das dann. Schon mal Geologen nochmal mehr. Mach ich es so. Ich kriege immer drei. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin schon gut. Wir sind so. Sehr schnell hier. Hier ist die Autorabiene. Wir sind so sehr schnell. 4,5,6,7 Klappt schon Denk ich Müsste Verbessere ich gleich den auch Oh, guck mal was der macht Der klappt mir alle Sektoren Bestimmt wie ein Kanon-Gießerei Den habe ich mir Achso, der hat ja auch noch Befestigung Na ja gut Hol ich mir kurz das Gold Jetzt auf das Achso, da kann ich direkt hier mal Die Reederei auch mit anschließen Gold Ich brauche ja nicht so viel, aber so ein bisschen Ich brauche ja nicht so viel, aber so ein bisschen Poliziere ich jetzt hier noch weiter? Ne Oh, tschüss Kann man jetzt einfach anerfolgen Kann ich das auch noch alles machen? Kann ich direkt mal zoomen? Ich brauche hier auch noch das Die Kohle Kohle, Kohle, Kohle Achso, dann baue ich direkt hier mal Was ich schon die ganze Zeit machen wollte Die Demons-Präger Demons-Präger ist auch ein gutes Deutsch Achso, ein Lagerhaus wäre nicht schlecht hier Achso, ich würde hier wo Zwischen Da Das ist auch nicht Dadurch auch nochmal ein Kalau Ja, das ist auch nicht Gebäudeausbau fertiggestellt Krass Überher auch trotzdem nochmal Kohle Kann man nie genug verlieren Euer Gebäude wurde ausgebaut So passt Es passt doch alles Der geht hier voll weit vor ey Und der ist denn so eilig So geh ich jetzt hier auch mal langsam runter Jetzt kriegt hier Kanonen und noch ein Lecher Verbesser ich das einmal? Ich mach hier auch unten nochmal einen Sack Dann Verbesser ich das jetzt hier auch einfach Dann Ganz gut funktioniert Ach genau hier wollte ich nochmal einen Jäger Dicke Wucht zu jagen Ich weiß hier läuft grad nicht alles ab wie magisch wirklich ist Ich weiß noch ein bisschen Ich weiß es auch nicht Sack Das, danach kommt das, dann kommt die hier, danach irgendwann das, das wär'ne Schild. Vor allem ist das voll doof, dass er die hat, dann müsste er auch noch das haben, das ist so, was er verbindet. Jetzt müsste er hier über meinen gehen und seine Lagerhäuser gehen ja nicht in meine rein. Gekloppt. Gniss wie seine Truppen. Oh man. Dracurion. Gut, dass er seine Kirche hier noch nicht fertig hat. Ganz schön klein hier alles. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie? Na gut. Ah, die Position gefällt mir hier. Alles so nah aneinander. Gefällt mir. So. Also ein coole Boy eigentlich gar nicht. Ja. Moin. So. 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 Moment. So. 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 Ich spüfe schon wieder schon eine Idee. Und dann hole ich Essen, Essen, Essen. Eating, eating, eating. Noch einen, bitte. Wie schnell der Truppen kriegt, ey. Na gut. Was macht der? Kräne haben. Das Bieten ist mir nicht so wichtig. Wird schon ausgeworzt. Es wäre schön, dass es so schnell geht. Ich muss hier erstmal Holz abbauen. Befestigungsausbau beendet. Sehr schön. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Dann erstmal zwei. Dann hier. Da ist ja auch was gar nicht zu bauen. Bisschen doof hier alles. Ich glaube ich mache hier noch einen extra hin. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenpost. Und dann spielt da auch noch eins hin und dann... Geht's los? Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das kann ich ja eigentlich die auch wechseln. Das war hier gar nicht mehr. Ich mach den mal abmontiert dich. Oh nein. Der Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenpost. Ja, kein Holz. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Kein Holz, gar nichts wie hier. Das wird glaube ich sehr schön. Der Gebäude ausgebaut wird fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Worum geht der jetzt? Das war klar. Egal. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich komm schon damit zurecht. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Der neue Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Und da muss ich ja genau so vermerken. Das sind die B cautelige. Yenco, du gibst da. Er hat erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich muss direkt nochmal vier Uhr. Was war das denn? Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Gerne noch mehr Prestige hier. Ich glaube hier werde ich nochmal Holz anbauen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Direkt die nächste hinterher. Das hat er doch nicht erinnert. Gebt acht. Einer eurer Niedersacher hat einen neuen Handelsaußenbosten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Ich glaube ich will hier wenigstens einen haben, der hier abbaut. Gebäude Ausbau fertiggestellt. So. Sehr schön. Gebt acht. Einer eurer Niedersacher hat einen neuen Handelsaußenbosten errichtet. Ja kommt jetzt alles. Weckert man nicht so rum. Zack, zack. Zack, zack. Und so und so. Ich könnte ja hier auch mal was anbauen essen. Ich baue hier auch Holz an. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Ja das war auch klar. Oh dann weiß ich was ich hier baue. Warte mal. Ein Papiermacher. Und ein... Dingserbogenmacher. Und einen Ringermacher brauche ich auch noch. Stimmt. Was ist der hier noch? Das wäre jetzt so mega. Der hier noch irgendwo hinpassen würde. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Da habe ich gar nicht mehr gedacht. Hier passt einer hin. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Dann braucht der genau noch Wasser. Passt du? Da braucht er eigentlich noch Pustige. Auch noch. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Habe ich das schon? Ja. Super. 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 Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Muss ich die mal erstmal alle ausbauen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Hier ist hier mein zweiten General. Sehr schön. Läuft doch. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Wie kann ich jetzt noch ein zweites? Dings und da kriege ich hier ganz viel Essen. Oh, guck mal, es läuft schon. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten erhalten. Fleisch bitte, danke. Das ist ein Schwert, ja. Dreh der Reihe. Gebäudeausbau fertiggestellt. Gebäudeausbau fertiggestellt. Lass ich mal so. Radmacherei so. Ja, es kommt noch alles. Kein Problem. Händlergeld daneben auch ich nicht. Geht acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenbosten errichtet. Und das noch und das noch. Genau, dann kann ich mir die Kirche eigentlich abbessern. Eigentlich kann ich mir nur noch das wollen. Dann brauch ich nochmal sechs Stunden. War das sechs, oder? Ja. Oh nein. Euer Gegner hat abschaffert. Jetzt geht er dann. Das wird klauen. Ich baue die jetzt hier alle aus. Ist wohl besser. Voll der Platzmangel hier. Deswegen mache ich große Maps sehr gerne. Oder auch mit großen. Ich habe ja auch eine Lieblingsmap, die liebe ich. Aber warte mal. Wenn ich schlau bin, greife ich mit an. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten erhalten. Weil ich habe ja schnelles Laufen, Schnellmarsch, Gewaltmarsch und Drill. Wenn er den Turm fertig hat. So Truppen sind da drin. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen vergründet. Ich gehe jetzt schon. Ich hoffe, das klappt. Das wäre mega. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, ich weiß. Oh nein. Euer Gegner hat sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Hoffentlich bin ich schneller. Ich glaube schon. Ja. Haha. Geil. Ich habe ihn das einfach geklaut. Wie unfair bin ich denn? Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ich glaube, das geht bei mir jetzt auch viel schneller als bei Ihnen. Ach, bei Ihnen geht das gar nicht. Geil. Habe ich ihn das einfach geklaut. Das ist auch ein Einwander. Eure Truppen haben einen Außenbosten eingenommen. Ja, danke. Ist doch der nächste Schritt. Wäre sehr schön. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Können wir mich später darum gehen. Ich muss erstmal hier zusehen, dass das andere hier alles wird. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Stein habe ich. Ich kann hier eigentlich alles schon über Stein machen. Oh, das habe ich aber vergessen. Ich kann hier auch gar nichts bauen. Wie unfair ist das denn? Egal, nehme ich hier mal später ein. Ja. Ein neuer Handelsaußenbosten wurde erfolgreich von einem anderen Rivalen unter Kontrolle gebracht. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Das ist hier ganz schön viel. Oh, ich habe nur noch 8 drin. Das ist nicht so gut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten erhalten. Ich wusste, dass der das da noch nicht gemacht hat. Das läuft hier alles super. Ich habe zu viele Steine. Ich könnte hier auch einfach mal ausbessern. Ich habe ein kleines bisschen Platz. Oh, hallo. Bitch. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich habe ja noch so viele Steine. Ich habe ja noch so viele Steine. Ich habe jetzt erstmal wieder einen neuen General an. Ja, den nehme ich gerne. Ich würde mich auch gerne. Okay. Okay. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Oh, nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Wie viel Fleisch ich jetzt einfach schon habe. Ach so, warte mal. Bin ich nicht schlau, wenn ich das hier auch so mache? Ja. Genau. Und Tipp, wenn ihr eine königliche Schlachthaus habt. Es gibt ja so ein paar Maps. Die tauscht ihr immer 2 zu 3. Ihr müsst kein weiteres, einfaches, einfache Nahrung verbrauchen, weil ihr hier so einen Metzger braucht. Deswegen ist es schlau, dann den hier, wo die Schweine zogen, einfach auf verbesserte Verpflegung. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das geht automatisch schnell. 4, 2, oder 5, ja, schnell. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das ging ja schnell. Und dann könnt ihr mit dem ganz viel essen. Das wird jetzt noch mehr werden. Könnt ihr hier die ganzen Sachen einfach... ...alle... ...verbesserte Nahrung setzen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Die arbeiten doch alle hier, weil sie kein Holz haben. Kriegen sie ja jetzt hier. Auch. Den da oben baue ich auch noch. Und jetzt... Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich warte schon bald mehr ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Okay. Okay. Dann ist mal die Kirche da. Machen wir jetzt das nächste. Das ist sehr schön. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Und da ist so viele Steine ab, werde ich das jetzt hier auch machen. Alles. So. Verbessern. Das Flasche ist heftig hier. Wie schnell... Ich mach jetzt mal auch die Rieder hier mit Sack. Geht eigentlich auch. So ist schon... Die auch? Was ist das? Hammer brauche ich nicht. Nicht. Ich kriege hier auch mehr Brötchen. Das geht auch sehr gut. Ich bin schon mal bei jedem Anstallatenträger, wie immer. Später kann ich da noch das machen wie noch mein Geld. Aber ich glaube meine Hauptquest ist... Ich spiele auch schon eine Stunde. Hauptquest ist die beiden... Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Befestigung ausgebaut. Befestigungsausbau beendet. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich glaube das war schon hier. Das ist ja nämlich alles jetzt günstiger. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Der hat hier auch noch drei Sachen. Hat er schon seine Kirche ausgebessert? Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ach, der Grüne hat sogar hier... ...zwei. Und die sind schon fast voll. Nee, die Kirche ist noch nicht verbessert. Ganz hier oben auf dem Berg. Alles klar. Ist auch schon die Truppe voll. Du kannst gerne auch noch einen General holen. Ich kann sogar sehen, was die Truppe... Das ist ja... Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das sind überhaupt keine Soldaten. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Soll ich mal mit angreifen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Können wir das auch noch? Ich bin nicht so fies. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich glaube, das kann ich gar nicht halten. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Nee, mach ich mal nicht. 4, 2 hole ich mir jetzt. Euer Gebäude wird dann ausgebaut. Weil ich kann ja auch direkt 8, 2, 8, 4 mal nicht machen. Für Eisen habe ich. Ich habe Eisen 117. Übertreibung. Brett habe ich nicht mehr so fies. Geht. Aber dann könnte ich eigentlich schon Truppen machen. Ich mach den jetzt mal komplett voll. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ihr gehst an die Front. Das ist so gut, dass die so schnell sind. Gebäudeausbau fertig. Der kommt auch mit an die Front. Ich glaube, der behalte ich jetzt zur Verteidigung. Der geht da hin. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Mit D3 greife ich an. Das ist immer so ein Verteidiger bei mir. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wie viel baue ich denn hier? Ganz schön viel. Ich glaube, der hat sich jetzt hier auch mal verdient. Ich mach den mal weg. Kann der hier verschwollen. Das einmal. Und gleich das schnell. Boah, wenn ich mir dann das hole, wie ich es schütze. Das sind ja auch noch 20. Läuft doch alles ganz gut. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Und was ich jetzt hier auch mache. Bei Pichai. Verbesserte Pfleger. Verbesserte Pfleger, alles klar. Verbesserte Pfleger. Ich baue noch ganz schön viele Sachen. Ich kann, glaube ich, noch was, ne? Das wollte ich. Er hat eine neue Technologie erforscht. Ich mache noch mal 8 und 4. Dann kann ich gleich Fische machen und starke Mauern. Und dann nehme ich das gerne mit. Aber ich kann Hammermacher mehr. Aber theoretisch könnte ich den trotzdem weitermachen lassen. Dann kann ich den hier umtauschen zu Geld. Aber ich glaube nicht. Boah, die Krieger kommen. Das geht doch hier. Alter, der hat hier eben gerade angegriffen, ne? Hat der hier schon Holzmaul? Nicht verbessert. Was ist, wenn ich ihm jetzt helfe? Der hat ja auch keine Stammensfunk drauf. Okay, ich gehe jetzt mit einem hier hin. Das ist ja schon verbessert. Gerne auf Stein bitte. Wenn geht. Und dann als erstes Danke. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Ich lasse das jetzt erstmal alles bauen. Nee, baut es gerade so viel. Befestigung ausgebaut. Wollte gerade sagen, ging das so schnell. Geht acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ich mache direkt schnendarke Mauern für den Krieg da vorne. Krieg braucht aber auch gerade schon lange. Eigentlich müsste ich ihm ja helfen. Aber ich helfe ihn nur mit denen. Ich war jetzt nicht so unbedürftig. Befestigungsausbau beendet. Sehr schnell. Ich helfe dir ein bisschen, König Konrad. Ach, ich bin Balderus. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich bin einfach Balderus. Alles klar. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen vergründet. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Und hier auch noch mal ein paar. Da. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Bretter sind ein bisschen wenig. Die Kirche wird nicht verbessert. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ich brauche das hier und das. Was heißt das? Und das und das. Ach, das kann ich ja jetzt schon. Warte mal. P2. Ich habe vergessen. Kann ich ja hier schon. Das wäre auch nicht schlecht. Mach ich nochmal. nochmal nochmal vier. Befestigung ausgebaut. Wie schnell das jetzt ein Stein verhandeln wurde hier. Wow. Das ging echt schnell. Mach ich direkt das hier dann. Kann ich den Werkzeug machen hier endlich. Fein. Kann ich eigentlich jetzt schon bei 38. Tötig. So sieht's aus. So sieht's aus. Mach ich gleich noch das. Wäre das auch nicht schlecht. Und dann ist es da noch. Wieso das war ja ich gar nicht. Mach ich das hier und das hier. Und das und das. hat er mittlerweile jetzt hier schon ausgebessert. Repariert ja. Verbessert noch nicht. Macht nichts. Oh, die kriegt jetzt auch bessere Druck. Ich glaube ich greif hier gleich an. Dann da und mach die platt. Freudeausbau fertig. Gehe dann hier so hin. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Das ist super. Mach mal kurz das. Dann mach ich 4-4-2. Ich hab jetzt Drakurian sogar ausgesperrt, wenn ich das hab. Ah, nee, gar nicht weiter noch das. Aber er macht, glaube ich, gar nicht weiter. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und mein Essen geht aber immer noch hoch. Da, da. Das schnell, dann das. 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 Ich krieg einfach Geld, wenn man nicht sterben. Das ist so super. Da mach ich jetzt hier noch Rache. Ist auch nicht schlecht. Ich glaub ich geh jetzt mit denen auch da hin. Dann passt das noch mehr. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie? Ich weiß, warum die nicht so schnell sind. Also, weil die keine einfache Nahrung haben. Machen nichts. Ich arbeite hier jetzt mit der Professor. Der ist eine Nahrung. Das sind ja auch noch ein paar. Einmal Geologe. Kann ich hier auch gleich das ganze Fleisch mal einsortieren? Eine neue Technologie wurde von eurem Geistlichen ergründet. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich mach glaube ich jetzt das, dann das. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Hier brauch ich das. Mit dem schnellen Verkehr. Let's go. Let's go. Ich höre besser dir jetzt trotzdem an. Wohnraum kann man nie genug haben. Ta-da. Ta-da. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich weiß nicht. 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 Bedarf. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich erlasse ihn nochmal. Was baue ich jetzt hier? Jagd. Was? Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie? Das macht er noch. Kann er gerne haben. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich unter Kontrolle gebracht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wie schnell das jetzt geht, ey. Was? Einer genau. So mache ich das. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Die sind alle schon die Augen. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Tatsächlich. Das macht mir nichts aus. So, jetzt brauche ich das ja eigentlich auch nicht. Nach Bedarf. Nach Bedarf. Brauche ich alles nicht. Und hier mache ich einmal kurz. Das hier. Kriege ich ganz viel Geld hin. Das ist auch so. Neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. gebäudeausbau fertiggestellt euer gebäude wurde ausgebaut das zu haben ich glaube ich bringe die auch jetzt mal nach da habe ich jetzt geld noch gegensatz ich brauche mir noch eine bauhütte ihr wart erfolgreich in der erforschung einer neuen technologie ja genau und jetzt krieg sogar noch mehr jetzt kriege ich nicht nur eine man sogar zwei aber nur noch die beiden da mache ich den kurz vor gebäudeausbau fertiggestellt zack viele tropen Ich greife erst den blauen an und dann gehe ich so untergrün. Passt schon. Viel zu lange. Attacke, Attacke. Das sieht gut aus. Oh, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Der handelt hier, oh. Ja, nur der blaue. Krass. Oder sieben. Ja, das ist jetzt nicht so richtig. Ich habe ja alles, was ich brauche. Ich würde ja auch gerne das machen, aber das bringt ja nichts. Ich kriege ja keinen Siegespunkt. Gut. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Voll, voll. Noch nicht ganz voll. Ich mache mal Truppen jetzt als erstes hier. Vielleicht müssen auch die ganzen Hammer weggehen. Da, 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 da. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ich finde es doof, dass man keinen fünften General sich holen kann. Oder dass es mehrere Generalen gibt. Bei Online hat man ja auch nur so viele und das ist ein bisschen wie ich, wenn man gegen die anderen spielt. Ich habe ja echt alles bekommen, was ich wollte. Was ist das noch? Was ist das noch? Was fehlt ihnen denn? Schluck könnte es ja nicht sein. Essen eigentlich auch nicht. Ach, je, nochmal. in der hoffnung das hilft der klaut die ganze zeit vom nachbarn ihr holz ist ja auch 109 diese technik zwar bestimmt 120 generieren ja auch viel schneller gibt acht einer ihrer niedersache hat einen neuen handels außenposten errichtet gleich knallt gebäudeausbau fertiggestellt das knallt schön alles voll besetzt ist sehr gefällt mir sehr gut ich brauche räder ist das nicht auf doch ist es da arbeitet auch 200 prozent einer eurer mitspieler hat zugang zu einem neuen handels außenposten ich krieg so viel fleisch ey das ist super das ist echt ein richtig guter tipp immer wenn ihr ein könig gliches schlachthaus habt immer direkt daneben die schweinezucht und auch verbesserte verpflegung kriegt ihr so schnell verbessertes essen das klus auf dem kuh Das ist eine Kugel, ich weiß nicht, Gott. Warum funktioniert die Schweinezout hier nur so? Wahrscheinlich zu wenig Träger hier, die hier laufen hier hin und her. Das ist wahrscheinlich. Aber ich baue jetzt nicht nochmal da raus. Dann ist das eben so. Drei mal Kanonen machen, dann kriegen die alle Kanonen. Und die Map ist gar nicht so schwer, nicht mit anderen Aufgaben nur die beiden zu tönen. Ich brauche Reeder. Räder, Räder, Räder. Apropos, was gibt es hier eigentlich so für Aufgaben? Okay, und was für die Quessung, die voranzuschreiten? Okay, das lag mir nicht. Auch nicht so. Egal, die geilen Truppen. Ach ja, was hast du für Aufgaben? Ich brauche noch eine Händler-Gilde. Ähm, Händler-Gilde, das brauche ich dir an. Ich denke, ich wäre ganz gut. Hier. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Du musst doch nochmal einen Schaf buffen. Baut, ne? Das platziere ich jetzt hier. Ach! Ich glaub, dir muss ich mal ganz kurz empfehlen. Und hier hin machen. Und hier dann das Gebot. Ja. Das passt besser. Und den mach ich auch auf. Achso, geht gar nicht. Ah doch, warte mal. Trick. 17. Zack. Wir machen direkt das. Und dann... Ach, green kann ich nicht. Okay, lag mir aber auch. Und dann hol ich mir noch einen General. Why not? Ich hab ja das Geld. Hol ich mir einen fünften General. Ich glaub, dass der alles könnte, hoffentlich. Was kann man hier noch so machen? Okay, das ist auch nicht schlimm. Und dann muss ich nochmal kurz hier lesen, was da noch... Ja. Wahaaa... Haaa... Ah! Das ist auch nicht schlecht. Das mache ich aber jetzt nicht. Okay. Ab die Kanone. Ab die Post. Schön alles ausbauen. Ich glaube, hier kann ich auch noch mal die bauen. Ja. Hier voll der Wald. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Mein erstes Gebäude war noch nicht. Krass. Zu krass. Steine habe ich auch schon wieder auf 800. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Jetzt finde ich aber das Gebäude irgendwie auch. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Sersche. Sersche. Aber ich finde da nur noch die Kirche, einfach mal so ausgick. Aber warte mal, ich habe noch viel besser Reden. Glückwunsch, eine Quest von der Erfüllten. Sehr schön. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Diese Objekte ist so klein, das ist so cool. Geh ich jetzt auch einfach ab. Einfach nur, weil ich es kann. Aber ich glaube, das war es jetzt auch mit Truppen, oder? Boom. Oh, ich krieg noch so einen Gustav. Der kriegt sofort einen Stadatenträger. Der Truppen hat ja 28, 29, kann er noch 6 oder 5 hier schon in einer Reihe. Und jetzt der 6. All das ist klar. Wie sieht das wohl aus? Gleich gibt es richtig Krieg. Aber sowas war... Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, direkt nochmal, danke. Jetzt kann ich nochmal schneller an Geld kommen, weil ich hier einfach... Ach, das mache ich auch direkt. Einfach voll. Gebäudeausbau fertiggestellt. 6 Truppen. Yes. Hat die Oberkirche der Oberkirchen. Das war jetzt glaube ich alles auf... Yes. Dann geht's ab in den Kampf gleich, wenn die restlichen Truppen kommen. Das war jetzt gut, dass ich das gesehen habe. Und dann habe ich noch ein Team-Mate. Hoffentlich hilft der mir dann auch gleich. Das hier alles alleine machen soll. Eure Gebäude wurde ausgebaut. Sehr schön. Ich glaube, hier kann ich jetzt mal endlich das... Aber ich habe ja keine Hammer mehr. So. Das arbeitet hier alles zu 100%. Super. Normale Nahrung habe ich aber schon 202. Ach, er ist voll. Okay, alles klar. Und dann Angriff. Attacke. Ich greife mit dem. Und dem. Die Mauer. Ja, die kommen schon gar nicht mehr hinterher. Und das... Der Turmus ist wirklich ein Schrott. Ja, direkt beim ersten Mal. Bam. Ich werde mit dir der andere Grüne kommt. Nee. Wahrscheinlich erst, wenn wir es erobern. Ich brauche hier oben noch ein Lager aus. Ich habe glaube ich noch nie so... Mit so vielen... Ja, der greift natürlich nicht an, weil er hat klar, dass er mir nicht hilft. Wahrscheinlich ist er noch beleidigt, weil ich ihn hier in den Sektor genommen habe. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Sehr schön. Truppen hat er nicht. Oh, hier wurden 10 Truppen zerstört, ey. Frechheit. Aber ich wette bitte, die kriegen auch ganz schnell Truppen. Also, Attacke. Oh, das hasse ich. Die können hier nicht reden. Ich verstehe das nicht. So direkt wie der Attacke, die kriegen richtig viele Truppen. Ich warte mal ein kleines bisschen. Die Riesenkanonen kommen einfach nicht hinterher, alles klar. Ich warte mal ein neues bisschen. Und ich warte mal einiges. Ich warte mal ein neues bisschen. Ich warte mal ein neues bisschen. Attacke! Weiter geht's. Warum lekt das denn jetzt so hier? Alles zerstört. Ciao. Jetzt sind wir noch da und dann hab ich's. Und hier regen sofort wieder so viele neue Truppen. Krass. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Oh, das wird grad schon verbessert. Sehr schön. Also. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Geil. Ich erinnere mich noch ganz genau hier. Und ich müsste hier hin. Attacke. Direkt wieder. Ich nehme halt dies mein Ding hier. Voll. Die Grüne kriegt ganz schön viele, ja. Hab ich jetzt hier schon? Ah, wird gerade sehr schön. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, hält mir halt gar nicht. Du kannst hier schon mal den Grünen angreifen. Schaden machen. Aber der zweite kommt auch nicht. Krass. Ja, soll ruhig nicht. Gehört mir hier alles. Ciao. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Werden richtig zu sauer gemacht. Der Blau geht jetzt. Sehr gut. Oder sie. Greif ich gleich hier weiter an. Da dürfte eigentlich jetzt hier auch gleich keine Mauer mehr sein. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Ja, guck mal wie der geht. Großartig. Dann nehme ich doch gerne die Schmette. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ich baue jetzt hier nur so, zack. Einmal. Dass das hier noch überredet wird, mir nicht. Der neue 19. 20. Ja, geht. Ist ja eh alles jetzt hier kaputt. Das Gute ist, sie sind so schnell und die erobern einfach sehr schnell. Das ist sehr, sehr gut. Bauen sind sie auch sehr schnell. Auch sehr schön. Wie kein Gras mehr ist bei ihr also. Oh. Der wird erst mal attackiert jetzt. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Was hat er für Truppen? Gebäudeausbau fertiggestellt. Oh, er hat auch einen dritten. Jetzt sehe ich gerade. Aber Gustav. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Viel Gustavs gibt es jetzt hier. Gustavs hilft dir mal. Bin ich schlecht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ciao. Das geht hier richtig ruck-zuck jetzt. Kriegt er wahrscheinlich schon drinnen drauf. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Der Gelbe gibt mir einfach mal so. Überhaupt nicht. Sehr nett. So habe ich schon meine... Oh, ich habe 500 Gold. So kriege ich schon meine... Und Nahrung geht auch immer nur noch nach oben. Ich baue jetzt hier gar nichts. Wir können ja trotzdem jetzt schon mal einmal Truppen machen. Nochmal nachmachen. Kriegen die noch? 25, 10. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Der kriegt jetzt bloß. Der kriegt jetzt bloß. Oh, 10. Da kommen die Truppen auch. Das Gute ist, die kommen jetzt auch relativ schnell, weil... Ich habe ja Gewaltmarsch. Das ist super. Ich kriege zum Glück auch keine Truppe. Oh, der hat einen Bruder da drin. Krass. Ich werde ihn aber trotzdem jetzt attackieren, bevor er Truppen kriegt. Ja, der ist einfach nicht zu stark. Gegen die Mauern. Der macht ja schon... 10 Schaden. Der macht 10 Schaden an Truppen. Aber die beiden Kombinationen... Oh, so viel ist eine... ...Kaserne. Also kann der hier... ...nicht mehr so schnell Truppen, wenn ich ihn erobere. Super. Deswegen hat er wahrscheinlich auch einen Bruder dran. Guck mal, wie schnell der tot ist. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und der kommt hier noch nicht mehr mit seinen anderen zwei. Ach doch, jetzt. Der Typ hat viele Kanonen jetzt. So, jetzt komme ich zur Verteidigung, aber mit anderen. Mit den anderen noch. Und das kriege ich sogar, bevor er noch da ist. Geil. Ich greif hier einfach die ganze Zeit mit fünf Generälen an. Mit fünf. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Kein Problem für mich. Fünf Generäle gegen einen. Das kann ich verlieren. Okay. Dann kam mir das... Ich bin da dran. Ich bin da dran. ich die hauptmauer mit der attacke und zu unterstützung vielleicht den hier oder so mal wenn man den zu unterstützung und noch ein paar kleine truppen und dann gehts los der ist auch stark gegen mann gegen mann hat auch voll viel schaden gehört alles in mir hier der sektor wäre eigentlich auch nicht schlecht vielleicht dass die truppen nicht so rum gehen sondern direkt so das war klar dass der jetzt kommt kann sich wieder gefasst machen auf ganz viele truppen also wenn er 5 generelle voll hat das kann man ja auch durch machen der hat auch schon wieder fast alle truppen voll da kommen auch noch ein paar krass euer königreich wird angegriffen ja das ist kein problem auch nebenbei hier mit steinausbau warum eigentlich nicht da kommen viele kanonen wir sehen alle gewonnen oh der andere eine ist pad warum ist der pad warum flieht der jetzt? ich verstehe das nicht so direkt attacke hä der hat schon wieder 35 truppen oh der geht wieder truppen zack 5 generelle das liebe ich mal sehen wie schnell die tot sind die türme der turm ist schon mal kaputt und der auch schon fast aber das sind mutter die die nur die die ich hoffe ich habe es dann ja auch gleich mal geschafft kommt jetzt auch es geht so schnell jetzt hier ist das echt krass Tschüss Dracorion ihr habt euer reich erfolgreich ausgebaut was soll ich jetzt machen habe ich nicht schon gesiegt gewonnen ich verspringe das gar nicht mehr herzlichen Glückwunsch ihr habt gewonnen das ging ja schneller als ich dachte die letzte Kampagne ging ja ein bisschen länger so ungefähr 5 Stunden gut dann hoffe ich dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal